Jo Leute, ich sag euch jetzt warum so lange keine Videos mehr kamen. Nämlich, wie kann man das sagen, äh, so die, ähm, Aufnahme-Plattform-Dings da ist kaputt gegangen und jetzt habe ich eine neue und jetzt kann ich wieder Videos machen. Yay! Yay! Und ja, ich werde, äh, vielleicht kriege ich jetzt einen Cutter. Wo ich die Videos schneide, also wo nicht ich die Videos schneide, sondern jemand anderes. Ja. Ähm, also ich werde noch ein paar Videos machen, wo ich es schneide, aber ich werde mir einen Cutter besorgen, weil ich viel zu schlecht im Schneiden bin. Und jetzt, ciao, ich wünsche euch einen schönen Abend. Musik 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 Musik